herzlich willkommen zur neuen folge der fortuna 95 ich bin wieder da der kotti der gilt es auch da und die letzte sendung in dieser saison bald ist durch die letzte reguläre sendung sagen wir mal so werden es uns mit sicherheit nicht nehmen lassen nach dem spiel am sonntag auch noch mal so ein finales saison fazit zu machen von daher aber das wird dann eher eine sendung da gebe ich die trocken recht außer der reihe und dementsprechend heute die letzte reguläre sendung mit rückblick news wie immer und dem ausblick ihr seht ich bin wieder ausquartiert worden der kleine mein kleiner schläft wieder dementsprechend muss ich mich ins exil begeben wo es ein bisschen ruhiger ist dementsprechend wieder die schöne foto tapet nicht so hektisch hin und her bewegen weil sonst sieht man wieder kissen und sonstiges ja ich werde mein bestes geben ich bin leider so die blieger gern ja fangen wir direkt an nur also darmstadt zu gast bei uns in arena gewesen viel passiert viel über das man sprechen kann oh ja war ein geiles spiel also hatte alles absolut also war spannend bis zum schluss wir haben wirklich überragende wirklich überragende erste halbzeit gespielt ein feuerwerk in den ersten 10 15 minuten abgebrannt war schon geil also habe ich so krass nicht erwartet das war schon echt eine dynamik dahinter und vor allem freut es mich ungemein für den emma ior dass er endlich endlich seinen ersten treffer für unsere fortuna gemacht hat und das also man hat glaube ich ihnen auch angesehen beim jubel was dafür für für siegelsteine ihn vom herz gekullert sind was für eine freude werte und ja hoffen war dass das wirklich auch die initialzündung war aber ja du hast es erwähnt mega also wir hätten kaum eine bessere halbzeit spielen können bin ich der meinung werden vielleicht nur das ein oder andere mal wieder nachlegen müssen ja das erste tor emma ior wir haben es gerade thematisiert oder ich habe es gerade erwähnt dass 2 0 auch relativ schnell gefallen und da muss man auch sagen ein überragender angriff überragenden spielter spielzug schöner kannst du es nicht machen oder hast du genau gesehen auch den passen die tiefe vom schinter das ist ja ich sag mal wie es ein 10 noch nicht besser spielen kann diesen ball raus auf fedex aus er hat dann die ruhe den überblick dann noch auf den zimmermann rüber zu passen insofern absolut gelungener spiel zu sagen von uns aus von der tribüne aus schon mega klasse aus in den videos danach das war traumfußball das hat wirklich richtig spaß gemacht muss ich sagen und ist halt ein himmelweiter unterschied zu vielen auftritten gerade im ersten drittel oder der ersten hälfte der saison das merkt man schon da ist eine ganz andere handschrift zu erkennen und trotz ausfall erneutem ausfall von karlit naray sieht man das auch in fedex klaus jetzt anscheinend dann doch zu ich will nicht sagen alter form wiederfindet also wirklich klasse form war bei uns eigentlich auch noch gar nicht gehabt aber jetzt in dem spiel war für mich auch ist immer schwer zu sagen mann of the match aber für mich war der mann of the match mit zwei assists und auch mit vielen guten zehn noch ein pfostentreffer hat auch viel auf die socken bekommen muss man sagen also er war absolut voll im spiel drin bin ich bin ich absolut bei dir wahrscheinlich haben das beste ja das beste spiel von felix klaus im fortuna dress würde ich behaupten aus dem stehgrad weil das war wirklich überragend wie er da die vorlagen aufgegeben hat du hast die chance erwähnt die am forsten landet ich kann mich noch an einen durchbruch über rechts erinnern wo er den ball in die mitte gibt wo aber nur leider keinen erwischt also super spiel gemacht und ja drei darmstadt hat eigentlich gar nicht statt die sind nicht ins spiel reingekommen wir haben es auch nicht zugelassen und das trotz überragendem support da waren locker viereinhalb tausend darmstädter wenn ich sogar mehr in der ecke mit wechselnden kurios zu beginn des spiels dann während der halbzeit beziehungsweise zu beginn der zweiten halbzeit höchsten respekt und auch so die kontakte die man hatte auf dem weg zum stadion in der altstadt später waren wir noch ein bisschen unterwegs war auch trotz die niederlage allesamt nett in ordnung kann man nicht klagen also die haben da schon ordentlichen support auch geleistet und natürlich für darmstadt ist eine eigene hand zu haben in zwei spielen enorm bitter dann doch so unter die räder zu kommen in der ersten halbzeit man musste natürlich damit rechnen dass sie dann in der zweiten halbzeit noch mal gestärkt verändert auch zurückkommen das haben sie auch getan aber hätten wir jetzt nicht ich sag mal in anführungsstrichen das geschenk mit dem elfer gemacht er dann glaube ich auch nicht so wahnsinnig viel passiert klar ein paar szenen waren dann auch nicht mehr zu vermeiden aber auch da sieht man fortschritt wir haben am ende halt nicht so extrem gezittert und haben es dann irgendwo so weit in unseren strafraum drängen lassen dass dann irgendwo folgerichtig der der ausgleich viel das kann man nicht gehabt im vergleich zu vielen anderen spielen auch da meine ich einen fortschritt erkannt zu haben wenn gleich ein spiel was so eng ist natürlich immer sich noch mal ändern kann klar kann immer kippen natürlich also man hat das kurz gemerkt du hast mit angefangen da komme ich gleich noch mal drauf ich kann mich erinnern an eine szene unmittelbar nach dem nach dem anschlussstreffer da hat tanaka den ball geistesabwesen verloren da ist das abwesen verloren und das wäre es dann gewesen da war kurz dieser dieser schockmoment wieder dann wäre das 22 fast gewesen hat der flugkasten aber ja darmstadt hat zur halbzeit das system geändert ich habe es ja entsprechend aus dem fernsehen verfolgt weil ich gesundheitlich angeschlagen gewesen man hört es vielleicht immer noch ein bisschen noch nicht noch war immer nicht nämlich fit aber da hat man sie haben dann auf eine dreierkette hinten umgestellt was dann deutlich mehr druck nach vorne bedeutet hat und damit hatten wir dann tatsächlich unsere probleme das muss man so sagen auch wenn nicht immer hundertprozentiges und zwingendes dabei rausgekommen ist aber du hast es auch eben erwähnt das geschenk ging aus vom elfmeter jakub piotrowski pennt ein bisschen hätte nämlich etwas energischer den ball ja weg hauen können wegschlagen können geht da nicht richtig hin zum ball der damenstädter spritzt dazwischen steckt den steckpass in die mitte durch so es gab konfusion also ich habe relativ schnell gesagt das ist ein elfer weil danach war ja gar nicht im spielverlauf zumindest nicht im stadion direkt klar was hat er jetzt gegeben als eine relativ lange behandlungspause für den floh kastenmeier gab das hat irgendwie keine also für mich war es relativ schnell klar ich habe es irgendwie in der szene gesehen geahnt und für mich war es ein klarer elfer aber anscheinend im nachhinein der betrachtung ich muss sagen ich habe es im nachhinein jetzt gar nicht mehr als video material gesehen du hast es eher verfolgen können im fernsehen ja ich würde mal so behaupten es ist ein handelsüblicher die bild zeitung hat es auch so schön als witz elfmeter sogar die also die sind da richtig steil gegangen das liegt einfach daran dass der der stürmer den ball vorbeispitzt spitzelt und dann quasi ohne dass die berührung schon da ist quasi in sich zusammensackt also erwartet wirklich schon diese berührung erweist kommen sagt sie kommt auch die reaktion war wahrscheinlich dann zu früh also das faul irgendwie angenommen ist tatsächlich er nimmt es zu früh an das ist ein bruchteil einer sekunde ja es ist ein handelsüblicher elfmeter also von daher würde ich da gar nichts gegen sagen weil es ist wie gesagt er trifft ihn das ist ein handelsüblicher elfmeter da gab es schlimmeres aber aber wie gesagt er sagt relativ früh zusammen was nicht zwingend sein muss aber geschenkt er ist ein elfmeter glücklich dass es diese doppelbestrafung auch nicht mehr oder diese dreifach bestrafung im zweifel nicht mehr gibt mit einer roten karte auch noch oder sonstigen so war der floh halt weiterhin da wir mit 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 bis dahin elf mann ja aber also an an wirklich viele chancen kann ich mich dann auch von darmstadt auch nicht mehr erinnern bis auf diese eine wie gesagt die der floh noch dann hält nach dem elfmeter gerade hinten raus halt auch nicht mehr dann war noch die szene mit der roten karte natürlich selten dämlich da versuchen nachzutreten der versuch reicht halt da schon er trifft noch nicht mal richtig vor allem dumm weil er vorher das faul zieht und eigentlich klar war dass der sun hat dann mal wieder mit einer gelben und gelb roten dann vom platz geht dann natürlich eine entspanntere schlussphase gewesen insofern hat aufs herz ganz ehrlich ich kann das ich kann das aus fußballer nicht voll und ganz nachvollziehbar darf der ball ja natürlich darf das nicht passieren aber ganz ehrlich der ball ist anderthalb meter schon weg ja und du kriegst eine mit da denkst du dir auch du wichser tschuldigung wenn ich das sage aber dann bleibt liegen bleibt liegen dem zeit von der uhr kasseli gelbe die gelbrote du bist in überzahl und fahr das ding 21 nach hause die frage ist ob sonst wirklich eine gelbrote gegeben hätte weiß man nicht aber weil wir waren ja im ballbesitz glaube ich zu dem zeit und dann der schild hat dann nur aufgrund der 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 täglichkeit abgefüßen aber ich finde es wirklich gut dass er nicht nur dem düsseldorfer die rote gibt wegen dem nachtreten sondern entsprechend auch wirklich sieht alles klar das waren scheißfaul weil war lange weg dafür gibt es geld und was ich überhaupt nicht verstehen kann ist dann diese reaktion von mir was ich was habe ich gedacht ganz ehrlich leute als liebe fußballer egal ob düsseldorfer egal welcher lasst doch bitte sein also in zeiten von video und sonstigen allen ist ihr macht euch doch lachen definitiv wobei die reihenfolge hat irritiert wenn die rote wurde ja zuerst gegeben und danach dann die gelb rote dass ich eigentlich erst im stadion vermutet hat weil das faul habe ich vorher auch nicht so klar erkennen können das vielleicht irgendwie wegen vielleicht roter karte gefordert oder wegen meckern oder wegen irgendwas im nachhinein da noch diese gelbe nachgezogen wurde das war mein eindruck erst mal im stadion aber ich vermute auch da war einfach die reihenfolge da vertauscht hat weil er die rote dann einfach priorisierter gezogen hat aber gut sei es drum so war das ding dann wenigstens wieder pari weil in unterzahl wäre es glaube ich dann noch mal im zweifel wirklich heiß geworden so ist nach der roten irgendwie gefühlt gar nichts mehr passiert tony plädel hat noch eine chance hinten raus ich weiß gar nicht ob es nach der roten oder vor der roten war auf 3 1 zu stellen als er außen rechts auf außen durchbricht im scharfraum kann vorher gewesen sein aber dann war es das halt auch schon und ja damit sind wir jetzt zwölf spiele umgeschlagen jetzt auch nicht wieder dadurch ist die wahrscheinlichkeit gestiegen dass die serie reist ja es ist so ein stück weit wird es so sein aber sechs siege sechs unentschieden super bilanz zwei punkte im schnitt nachdem wir vorher unter preußer unter einem punkt pro spiel erreicht haben also auch daran sieht man diese enorme trendwende die auch in punkten hier wirklich bemessbar ist ja zweitbeste abwehr reihe auch das gilt es hier noch mal hervorzuheben ist ja gefühlt irgendwie nicht so dass es ist aber fakt an der stelle und mich hat überzeugt ballbesitzer vorne gegen einen starken gegner mit 54 prozent die zweikampfquote war vorne mit 54 prozent wir haben eine passquote deutlich über 80 und haben beide gehabt ja und einsatzlaufbereitschaft war diesmal nicht ganz so überragend aber das spiel lebte natürlich durch durch eine andere dynamik und spannung an der stelle gut auf dem papier stehen auch 20 torschüsse von darmstadt aber wir haben es gerade zusammengefasst da war jetzt nicht so wahnsinnig viel gefährliches aufs tor dabei das täuscht ein bisschen der statistik 20 zu 7 also so unterlegen fand ich uns wenn man es an den torschüssen bemisst definitiv nicht ja ich glaube mir fällt gerade noch ein einer war glaube ich noch relativ gefährlich der auf den mehlen von denen der hat links und kurz abgelegten zack direkt auf dem kasten der kasten meyer lenkt er noch über die latte er war auch noch ganz aber ja also 20 wäre ich auch nicht auf zwei freistöße noch relativ guter zentral aber doch relativ weiter position aber sonst war da halt wirklich nicht viel also wie gesagt in anbetracht dessen dass da ein zweitplatzierter war er natürlich auch eine super form mitgebracht hat über die letzten spiele haben letzte woche besprochen um und ganz einfach das ding in eigenen hand hat aber klar auch dann wird ja nicht immer leichter an der stelle der druck war ja auch da die kurve war voll ist ja für die jungen spieler die überwiegenden damenstatt auch tätig sind jetzt auch nicht business as usual und die macht am rhein schlägt man halt nicht mehr so so leicht nehmen das ist vorbei so das ist vorbei dann wirkt auch das irgendwann psychologisch wenn du zu einem gegner fährst du weißt der hat elf spiele nicht verloren macht es nicht einfacher in der hinrunde bist du zu uns hin gefahren und hast gehört auch die letzten drei spiele nicht gewonnen die letzten vier oder fünf das ist jetzt komplett anders darfst du dir nicht in die hosen so soll es bleiben superkulisse so soll es ein 30.000 zuschauer auch das war würdig dem rahmen angemessen und vor allem dem angemessen was vor dem spiel stattfand nämlich die offizielle verabschiedung von ollie fink und was vor allem nach dem spiel dann stattfand als die fans wieder mit perfektem gespür dann ollie fink für die humba gefordert haben als irgendwie keiner wirklich wusste wer soll es jetzt machen aus dem team weil es hätte einige kandidaten gegeben auch das spricht er wieder ein stück weit für unsere fanszene dass dann der ollie fink nicht aus den katakommen aber eher vom seitenrand nochmal herangeholt wurde ja und ich hoffe ihr habt alle gesehen entweder live im nachhinein im fortuna video oder in unserem kleinen video was wir vor ein paar tagen veröffentlichten haben unserem kanal ist auf jeden fall sehenswert gewesen ist ein abschiedsmoment hast und passte halt einfach das passte zudem zu dem ganzen abend zu dem spiel zu dem erlebnis ein würdiger abgang auf großer kulisse auf kleiner kulisse etwas kleiner würde er vielleicht noch haben kommen wir kommen wir bei den news gleich noch mal kurz darauf zu sprechen aber ja eine legende die für die fortuna sehr sehr viel bewegt hat und lange lange zeit auf dem haas gestanden hat hat schön gesagt und wird uns allerdings glücklicherweise erhalten bleiben 13 jahre plus x ist da die devise 2009 bis 22 in aktiver laufbahn bei uns erst und zweite mannschaft und jetzt in einer noch nicht genau bekannten definition im nachwuchsleistungszentrum in diesem sinne war ja von meiner seite sollte das spiel gewesen sein von meiner auch aber wir haben noch ein paar eindrücke die unser torsten gesammelt hat der hat nämlich das glück gehabt vip tickets gewonnen zu haben der feine herr und der hat mal ganz andere einblicke bekommen das sei ihm auch vergönnt weil er ist ja wirklich einer er schon ganz ganz lange bei fortuna dabei ist auch in den zeiten ich bin gar nicht so ich bin ich bin das aber er hat ja auch so ein bisschen erzählt und hat da auch so ein paar ja alte vereinslegenden getroffen aber wir lassen ihn jetzt einfach mal selber sprechen noch so ein paar bilder dazu gesammelt die ihm mit ein paar selfies mit dem ein oder anderen euch altbekannten fortuna gesicht zeigen ja ich würde sagen wir spielen jetzt an der stelle einfach mal ein gönnt euch mal diese zweiminütige kurze emotionale zusammenfassung vom torsten ja hallo liebe freunde der fortuna 95 pros kotty gilde nahmen zusammen ja nach darmstadt ist vor st pauli ich hatte das darmstadt spiel mal aus einer anderen sicht sehen dürfen ich hatte vip tickets gewonnen und das ist schon imposant was wir da so stimmungstechnisch auf die beine gestellt haben man ist natürlich komplett aus einem anderen winkel überall dran und ja das war schon schön und toll man hat auch den ein oder anderen netten herren getroffen michael steffes holländer damals ich glaube vorstandsvorsitzender bei fortuna hatte mich sogar wiedererkannt weil wir beide in babelsberg seiner zeit bei dem vermeintlichen abstieg am staun standen unsere stadion sprecher legende dieter wir warum herrn jobst getroffen ihn natürlich direkt auf jordi device angesprochen und erst mal dass er mir das du angeboten hat und dann auch schon gesagt hat dass da die verhandlungen wohl laufen würden ohne dass ich jetzt glaube ich irgendwas vorwegnehmen weil er ist ja auch nicht verabschiedet worden den großartigen egon köhn getroffen dirk susi böcker axel rani safjuvanovic und 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 ich wollte jetzt auch nicht mit jedem ein foto machen und nicht da so hinstellen aber so den ein oder anderen eindruck kann ich euch ja mal geben auch wie man halt so sieht von den plätzen aus und wenn man es mal machen kann ob du geschenkt bekommen gewonnen oder sonst was sollte man das vielleicht wirklich mal mitmachen ist es es war der wahnsinn in dem sinne wünsche ich euch alles gute und dass wir das spiel gegen st pauli auch noch irgendwie ohne niederlage über die runden bekommen und in dem sinne ich wünsche euch was schönen abend noch bleibt gesund und bis bald ja auch mal interessante einblicke also ich muss gestehen ich hätte auch mal cool das zu machen aber ich würde auf dauer nicht sitzen wollen ist halt nicht mein bereich im stadion also gerne mal als gewinn mitnehmen ja aber das sei dann den vergönnt die meinen da sitzen und sich bewirten und bedienen lassen so das ja und natürlich lieber torsten ich habe gegönnt geht doch ja ja genau einmal um blättern und dann geht es weiter mit den fortuna news ein wenig an infos gewesen die wir euch mitteilen wollen womit wollen wir anfangen ich fange nicht an ohne dinge mein lieber ach ja war ja fortuna news jetzt geht jetzt geht es ja wieder vieles vieles auf dem zettel ja die kleine meldung ich glaube wir fangen an weil du es eben schon erwähnt hat dass ollie fink ist offiziell verabschiedet worden war nicht der einzige dementsprechend glaube ich machen wir direkt mit denen anderen fünf weiter da sind nämlich noch fünf andere verabschiedet worden offiziell aufgrund des letzten heimspiels das ist nämlich zum einen toni plädel der lange auch bei uns bei der fortuna gewesen ist dessen vertrag ausläuft hat aber nicht hat aber lass mich da kurz rein grätschen aber irgendwie klar wurde ja verlängert sein vertrag nach der verletzung hat aber dann nicht wirklich eine chance bekommen obwohl er einen test spielen gute leistung gebracht hat hat aber dann trotzdem irgendwie nicht rein eingefunden und dementsprechend ist es dann auch irgendwo folgerichtig wenn man jetzt nicht dann auch trennt und gut so hat er zumindest eine chance irgendwo jetzt als dann nicht mehr verletzter spieler sicherlich auch eine bessere vertragskonstellation zu finden als es letzten sommer der fall gewesen wäre nach der schweren verletzung insofern glaube ich ist es trotzdem win-win für beide irgendwo gewesen hat unseren kader ergänzt und auch punktuell ja das ein oder andere minütchen einsatzzeit auch noch bekommen aber ja ist glaube ich nicht verkehrt das kapitel dann doch jetzt zu beenden wenn man es mal rein sportlich sieht volle zustimmung und ich glaube das gilt für alle fünf abgänge die wir da haben nämlich florian hartherz auch dessen vertrag läuft aus ob er ist nie bei uns richtig durchgestattet und ein kleines zwischenhoch ja kai eisle ist nie ergänzung genau leo kutris ebenso hat zwei jahre reihe wie auch richtig fuß gefasst in der offensive immer ja zwar belebend aber auch nie durchschlagskräftig nach hinten nicht konstant der anfällig genau ja und ein robert boschenik hat zwar hier und da mal aufblitzen lassen dass er so gut ist hat aber vielleicht selbst so ein bisschen auch die tür verbaut oder die tür zugemacht mit seinen kommentaren hier da vielleicht abgegeben ich glaube das war ein verhaltensthema was dann nicht reinpasst ins team also der coach auch gesagt hat leistung ist sicherlich ein aspekt aber ohne mannschaft einstellung moral ist dann halt auch eine wichtige komponente ich hätte ihn wirklich gerne häufiger gesehen weil wenn er gespielt hat hat er mir durchaus gefallen hat ja auch ein paar buden gemacht aber wie gesagt das ist nur das eine man muss alles betrachten und da sind wir zu wenig tief natürlich drin um das zu beurteilen aber von daher wahrscheinlich wenn man könnt ihr ihr es genauso auch nachvollziehen bei den fünf genannten personen das halt zu einer trennung kommt ist glaube ich folglich ja dann machen wir weiter verletzungen doch machen wir das so da war ein bisschen aus dem darmstadt spiel hat sich ja bereits beim elfmeter werden es eben thematisiert der liebe flo kastenmeier doch etwas stärker verletzt er hat sich nämlich einen joch eine jochbeinprellung zugezogen und fällt entsprechend für das letzte spiel aus spannend jetzt zu sehen ob es ein abschiedsspiel für raphael wolf gibt wird es oder abschiedsspiel oder wird vielleicht dennis gore als junger torwart mal reingeworfen da sind wir mal gespannt wer am sonntag da zwischen den posten steht aber wie gesagt ist jetzt sicherlich für so ein letztes spiel nicht entscheidend aber dennoch da weil das hört sich doch sehr schmerzhaft an gute besserung gute besserung natürlich ebenfalls verletzt und nicht mit nach san pauli unterwegs zum abschluss schinter appelkamp muskelfaserriss anfällig muskulär leider dass das ist das also auch da jetzt nicht schlimm aber es ist jetzt wirklich wiederholt und das macht ein bisschen sorge dass wenn ein junger spieler wirklich so häufig häufig muskelverletzungen hat dass das ein problem ist das erinnert immer so ein bisschen damals an den an den boli erinnerst du dich noch an den der halt immer ja aber der war ganz extrem natürlich auch als sprinter typ aber auch da der muskel dann gezwackt hat und ja das sehe ich so ein bisschen mit sorge weil den schinter brauchen wir natürlich im nächsten jahr im idealfall in einer guten sehr guten form wenn wir mehr erreichen möchten und da ist dann so ein muskelausfall der sich gerne mal über drei vier fünf spiele dann auch ziehen kann bis er wieder voll fit ist natürlich sehr hinderlich das müssen wir beobachten und hoffen natürlich dass die medizinische abteilung das in den griff bekommt drücken wir die daumen aber auch hier gute besserung natürlich ja gesellen sich zu den zu den drei anderen verletzten mit den rippen mit den rippen geschichten beweis bozek und sobotka die entsprechend auch natürlich fürs letzte spiel ausfallen aber die sich wieder individuellen training bereits befinden genau ein bisschen weiter so und hennigs und keine nahe diese nämlich der mannschaftstraining dürften wahrscheinlich dann auch eine option sein für pauli gehe ich mal recht stark von aus genau wie edgar pripp der hat nämlich seine gelbsperre abgesessen auch wieder eine option für Pauli Daniel Ginzek wird fehlen zwei spiele sperre damit hat er eigentlich noch ein recht mildes maß bekommen wobei es natürlich bitter ist im letzten und vor allem dann im ersten Saisonspiel zu fehlen weil du bist in der vorbereitung du fieberst auf den Saisonauftakt egal gegen wen es dann geht Pauli wäre für ihn natürlich interessant gewesen weil er hat da auch mal gespielt ist ja immer was schönes dann zu seinem Ex-Verein zurückzukehren und dort dann auch aufzulaufen aber gut das hat er sich selber zuzuschreiben da haben wir gerade schon drüber gesprochen im Rückblick er hat aber noch Glück gehabt hätte auch mal schnell drei vier Spiele sperre sein können ist vielleicht jetzt auch dem Saisonende geschuldet dass man gesagt hat machen wir das letzte machen wir das erste so als Kompromiss man weiß es nicht ja vielleicht aber es ist definitiv für ihn natürlich auch ganz bitter ich habe glaube ich irgendwo gelesen dass Daniel Tune jetzt natürlich mit ihm sprechen wird muss weil er natürlich trotzdem von ihm möchte dass er eine eine vernünftige Vorbereitung spielt und motiviert ist und das ist natürlich schwer wenn du weißt dass du im ersten Spiel sowieso nicht eine Woche später ganz ehrlich bei drei Spielen sperren hätte ich das als Argument gesehen aber nicht bei einem da brennt es dann umso mehr aufs zweite Spiel oder das ist so nah aneinander das ist eine Woche später das ist wichtig aber du wirst bei sämtlichen Trainingseinheiten nie zur ersten Elf gehören bei sämtlichen Sommer Testspielen oder sonstiges weil der Trainer nicht mit dir im ersten Spiel planen kann das ist da damit musst du als Spieler umgehen können ja er ist erfahren und wird hoffentlich draus lernen gehe ich auch von aus da gebe ich dir natürlich ja dann eine Meldung die heute gekommen ist das finde ich ganz schön unser Haupt und Trikotsponsor bleibt der gleiche nämlich hier einmal die lieben Chemiker von Henkel Support your local beidseitig ja ist für uns sicherlich ein guter ein guter Verhandlungspartner gewesen und sind wir froh dass wir das als lokales Unternehmen weiter auf der Brust haben das ganz einfach zur Fortuna auch passt historisch ja auch schon mal früher Trikotsponsor war jetzt auch im dritten Jahr dann schon war glaube ich zwei Jahre bis dato der Vertrag gewesen genau passt gibt es glaube ich nichts anderes in der Bewertung zuzusagen ja dann der Vollständigkeit halber wir hatten es eben beim Rückblick erwähnt die Humba von Oli Fink sein letzter großer Auftritt auf großer Bühne wer ihn auf kleiner vermeintlich kleiner Bühne nochmal sehen möchte ihr könnt es nämlich zu einer großen Bühne machen jetzt am Samstag das letzte Spiel unserer zweiten wo Oli Fink im Zweifel auch noch mitwirken wird wird er wird er das ist auch über die Kanäle gegangen dass das ein Abschiedsspiel wird du hast auch im Stadion waren Banners von den Warnbanner von den Ultras auch aufgehangen wo eben 14.05 dazu aufgerufen wurde im Stadion zu erscheinen da kannst du stark von ausgehen hat die letzten Spiele für die zweite ja nicht gemacht ich habe nochmal jeweils in die Kader und Aufstellung der letzten Spiele geschaut letztes Spiel ist glaube ich vier oder fünf Spiele ungefähr her ich glaube dass er bewusst da auch für dieses letzte Spiel geschont wurde dass er das nochmal so als Abschiedsspiel zu Hause in Flingern dann machen kann und ja ihr könnt online noch Tickets bekommen ich hatte die Tage auch nochmal reingeschaut für einen schlappen Zehner gibt es da für die Hauptseite noch Karten ja hat er sicherlich verdient da einen nochmal schönen Rahmen auch zu bekommen und ja nochmal den kleinen Abschied zu genießen den großen hat er ja schönerweise auch gehabt genau ja dann schauen wir auf die Leihspieler da haben wir ja immer dieses kleine Update was Fortuna freundlicherweise uns ja auch immer zur Verfügung stellt das finde ich immer ganz spannend ja fangen wir an mit Jamil Siebert bei Viktoria Köln die haben nämlich den 1. FC Kais Lautern schön geärgert haben 2-0 gewonnen und ja sind entsprechend in der Klasse geblieben richtig in der Liga und ja Kais Lautern hat daraufhin sogar den Trainer enthalten ja Lautern brennt der Baum vor der Relegation gegen Dresden wären natürlich zwei spannende und schöne Spiele zweier Traditionsvereine kann man sich durchaus noch darauf freuen nach der Saison ja das ist schon eine harte Sache dass man den da jetzt geschasst hat aber gut soll nicht unser Thema sein Niklas Szybnovski ein weiterer Leihspieler in Regensburg ist das 4. Mal in Folge in der Startelf gewesen ja 0-2 gegen Heidenheim die Saison war durch ja nicht schön nicht viel aufgefallen aber hat zumindest auch wieder gestartet und zu guter Letzt David Kownazki ist auf dem Weg zur polnischen Meisterschaft Lechprosen hat sich jetzt ein bisschen absetzen können ist zwei Punkte vor dem zweiten in der polnischen Liga sind allerdings noch ein paar Spiele zu gehen mit dem 2-1 Auswärtssieg aber er war nicht im Kader richtig hat da nicht wirklich zu beitragen können aber zwei Spiele sind es meines Wissens glaube ich noch ja mindestens zwei ja dementsprechend ja drücken wir ihm die Daumen genau so und dann eine Info für euch Fans von Fortuna oder die Fortuna entsprechend auch im Sommer begleiten möchte da gibt es ja so ein paar verrückte von euch die Fortuna wirklich überall hin folgen Fortuna hat auch dieses Jahr vor oder wird dieses Jahr auch wieder in Oberösterreich ihr Sommertrainingslager abhalten stattfinden lassen äh im Mühlviertler Hochland ich hab keine Ahnung wo das ist um ehrlich zu sein in Oberösterreich in Oberösterreich ihr werdet es genau wissen und äh ja wer zeitlich auch vor Ort sein möchte wenn die Fortuna da ist der müsste vom 20. bis zum 27. Juni sich dorthin begeben Trainingsbeginn ist offiziell sogar schon der 12. Juni und das ist echt kurz dieses Jahr also wir haben dieses Jahr echt eine sehr kurze Sommerpause geht ja schon wieder Mitte Juli los leider noch mitten in den Sommerferien da werde ich wahrscheinlich leider auch die ersten zwei Spieltage verpassen weil ich da auch noch im Urlaub sein werde aber sei es drum wir wissen ja dass für die WM in Katar vieles möglich gemacht wurde unter anderem dieser sehr frühe Saisonstart was ne Scheiße ja das war das Wort für die News richtig und dann Ausblick auf das letzte Spiel Saison 21,22 von Paul dann haben wir die schafft dann haben wir die zweite Saison durch wo wir die erste Jahr nicht voll mitgemacht haben ich wollte gerade sagen aber dann haben wir mal eine wirklich voll eine voll ja du hast es ja in der Vorbereitung schon so ein bisschen gesagt klar ist halt irgendwo das Spiel um die goldenen Ananas klar es geht noch für uns um Platz 9 den können wir bestenfalls noch erreichen schlechtestenfalls sind wir Elfter das steht schon fest weil sonst müsste glaube ich der 12 Platzierte irgendwie 14 Tore oder so auf uns aufholen das ist dann doch eher unwahrscheinlich aber klar wenn wir noch Neunter werden sollten gibt es sicherlich noch den einen oder anderen Euro mehr und das könnte auch relativ viel an Euros sein nach der TV Tabelle und das sollte natürlich das Ziel sein neben eben dem Ziel mindestens umgeschlagen zu bleiben und den Lauf einfach mitzunehmen ja und ich glaube da haben wir ganz gute Chancen weil wenn man mal auf Pauli schaut nach der jetzt doch sehr 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 bittere Niederlage auf Schalke womit ja im Prinzip alle Hoffnungen begraben wurden auch da müssen wir realistisch sein es sind zwar nur drei Punkte Abstand aber es fehlen schlappe 18 Tore um da an den anderen entsprechend vorbeizuziehen ja du hast es vor allem gerade glaube ich schon anreißen wollen ich habe es mal bildlich mit eingehoben was halt alles entscheidend ist wenn man sich anschaut nach der Hinrunde war St. Pauli noch auf Platz 1 und da haben alle davon gesprochen ja die werden sich das nicht mehr nehmen lassen zu Recht geile Hinrunde 34 Punkte 35 zu 17 Tore das war schon sehr überragend absolut aber wenn man sich dann jetzt nämlich mal die Rückrunde anschaut das haben wir hier in der Mitte mal festgehalten da ist man ordentlich eingebrochen da ist man nämlich mit 18 Punkten lediglich auf Platz 13 ja selbst wir haben mehr geholt und ja das ist entsprechend wirklich wenig wenn man sogar noch einen Schritt weiter geht ich habe es hier einmal festgehalten in der Formtabelle nimmt man die letzten sechs Spiele tatsächlich ist dann Pauli letzter weil man in den letzten sechs Spielen nicht einen Sieg eingefallen hat und das reicht dann nicht also trotz Vorsprung hinten raus musst du halt dann auch ja sechs Siege keine Chance also guckt guck dir mal an in dem Vergleich in den sechs Spielen haben Hamburg und Schalke 15 Punkte gold und das sind genau die Gegner und da siehst du halt hinten raus das zieht dann halt und das wirst du auch nicht mehr entsprechend dann kippen können das ist durch dementsprechend natürlich aus Sicht von Pauli die trotzdem beste Heimmannschaft bleiben werden egal wie das Spiel gegen Fortuna ausgeht auch daran sieht man wie heimstark das ist aber das ist das ist das ist Wahnsinn musst du dir das mal vorstellen du hast seit sechs Spielen nicht mehr gewonnen du hast bis in der Rückrunde nur Platz 13 und bist trotzdem die beste Heimmannschaft der Liga das wollte ich damit sagen das ist und wie gesagt egal wie das letzte Spiel ausgeht das steht jetzt schon fest also auch da Stichwort Torverhältnis könnte es noch drehen aber punktmäßig wirst du da erster bleiben das ist enorm aber halt auch irgendwo bitter dass man es ganz einfach da auch ja verdattelt hat es hätten ja ein zwei Siege mehr hätten ja gereicht und du wärst wahrscheinlich safe dritter gewesen locker aber hätte hätte es ist so wie es ist haben wir natürlich auch nicht gehabt mit einer Corona-Welle noch mal vor zwei Wochen vor dem Schalke-Spiel muss man auch dazu sagen ja jetzt kommen gegen uns noch ganz ganz viele Sperren dazu weil man hat sich noch eine gelb-rote und auch eine glatte rote Karte hat im Spiel gegen Schalke geholt das betrifft den Seifus und auch den Matanovic den zweifachen Torschützen auf Schalke die sind nicht dabei dann hat sich die fünfte Gelbe auch noch der Aremu und vor allem der Chieret geholt der auch wir haben es gerade ganz kurz schon aufblitzen sehen wir gucken gleich noch mal detailliert drauf einer der Topscorer von St. Pauli ist ja und verletzt kommen auch noch ein paar dazu sodass ich mindestens 10 Ausfälle auf dem Zettel habe ja Pauli hat einen großen Kader 30 Mann aber auch das kannst du dann irgendwann nicht mehr kompensieren das hat man sicherlich auch auf Schalke jetzt schon ein Stück weit auch gesehen wo man ja eigentlich sogar super ins Spiel reinkam mit einer 2 zu 0 Führung irgendwo auch ich sag mal die Halle doch eher erstmal zum Schweigen gebracht hat im Zweifel die Schalker schon weinend in der Halbzeit schon das Schlimmste befürchtet haben zum Saisonende aber es hat sich dann ja doch deutlich gedreht und auch da ne Spielpech irgendwo ein früher Elfmeter gegen Pauli und dann irgendwann ist deine Moral ganz einfach auch gebrochen ja ich glaube nicht nur die Moral sondern auch einfach die waren platt also da hast du gesehen die waren einfach nur irgendwann mal nicht mehr in der Lage ist natürlich mit Sicherheit auch der Corona-Geschichte geschuldet wenn du nicht vernünftig trainieren kannst und alles dass das gerade im Saisonendspurt geht dir das vollkommen ab und was natürlich ungemein weh tut ist du hast es gerade angesprochen mit dem Quiere der einer der Topscorer ist wenn dir natürlich auch noch der Topscorer schlechthin Guido Burgstaller fehlt auch noch weh das tut natürlich auch enorm weh der hätte natürlich wahrscheinlich auch gerade gegen seinen Ex-Club Schalke sehr sehr gerne gespielt da kam viel zusammen dann reicht es halt auch nicht also Guido Burgstaller tatsächlich mit insgesamt 26 Scorer-Punkten der drittbeste Scorer der Liga also da hat St. Pauli natürlich sehr sehr viel von ihm auch gelebt und ja du hast es erwähnt ich bin gespannt was für ein Spieler auf uns zukommen wird weil auf die Statistik können wir zwar gerne auch noch mal gucken um ehrlich zu sein aber die Frage ist inwieweit man jetzt ist schwer zu bewerten ja gerade wenn wir so viele Ausfälle haben und Corona bedingt und Geld sperren und 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 die werden so noch nie gespielt haben wie sie am Samstag spielen und wir dagegen werden mit einer eingespielten Truppe da sein und werden dann einfach auch sicherlich die Erwartung äußern dürfen dass wir das Ding da auch holen und ja das lasse ich jetzt einfach mal so stehen denke ich auch wenn wir nicht verlieren bin ich auch zufrieden also ich erwarte jetzt nicht zwingend da dass wir da gewinnen müssen ich würde mich freuen wenn wir wirklich mit 13 ungeschlagenen Spielen aus der Saison rausgehen diesen Lauf dann als einer der besten auch rückrunden Mannschaften dann im Idealfall mitnehmen in die neue Saison und ja ganz einfach da ganz anders in die Saison reinkommen das würde mich schon freuen also die Vorzeichen stehen wir haben es erwähnt nicht schlecht bei St. Pauli fehlen sehr viele dann habe ich tatsächlich sogar noch gefunden dass wir seit 2015 glauben jetzt muss ich auch mal einen Zettel mal finden ja tatsächlich einmal nur verloren ja das letzte mal dass wir auf St. Pauli verloren oder in St. Pauli verloren haben ist 2015 gewesen als die letzten glaube ich drei Spiele auf St. Pauli haben wir nicht verloren sondern allesamt gewonnen sogar von den letzten acht auch nur eins verloren im Gänze egal ob zu Hause oder außer kommt auch noch dazu und ja insofern nehmen wir das Spiel Sonntag mit wahrscheinlich wird unser Auge dann eher auch in der Konferenz die es glaube ich dann Sonntag wird auf die Aufstiegs-Ränge auch gehen klar wir verfolgen das Fortuna-Spiel natürlich auch aber sei uns da mal vergönnt dass wir auch da mal gucken wie spannend es dann wird im Dreikampf zwischen Darmstadt, HSV und Bremen weil das ist schon außerordentlich dass an dem letzten Spieltag wirklich zwischen direktem Aufstieg zweiter Platz und nix vierter Platz alles passieren kann zwischen den drei Mannschaften das ist schon heftig ich glaube aber ich glaube aber dass Werder Bremen das glaube ich souverän runterspielt ich glaube dafür haben die einfach genauso wie Schalke am Ende die zu große individuelle Qualität da ist von auszugehen aber letzter Spieltag da ist schon viel passiert ja natürlich natürlich aber aus Sicht der Fortuna wäre das auch nicht verkehrt Schalke, Bremen hoch ja für die Bundesliga wäre es auch nicht verkehrt ja schönere interessantere Mannschaften zwei vergleichsweise uninteressante gehen runter mit Bielefeld und Fürth nimmt es uns nicht böse liebe Bielefelder, liebe Fürther aber da ist es das anderes wenn der HSV, wenn Werder Bremen, wenn Schalke kommt bringt allein schon viel viel mehr an Auswärtsfans mit ja 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 ich glaube das ist angemessen wenn wir Pauli an der Stelle auch ein bisschen knapper halten weil da wollen wir jetzt auch nicht hier die Analyse ins ad absurdum treiben bringt ja nichts nö also schauen wir was passiert und wir machen dann auch eine kurze Nachbetrachtung in der nächsten Woche wahrscheinlich irgendwann in der nächsten Woche dann auch einen Rückblick so ein bisschen kleinen Rückblick auf die Saison und auch schon mal so einen kleinen Ausblick auf die neue Saison wie der Kader aussieht bis dato wo noch offene Stellen sind, was man tun kann, wo wir Bedarf sehen da glaube ich machen wir uns dann in Ruhe Gedanken bevor wir auch dann in eine glaube ich auch für uns mal wohlverdiente kleinere Sommerpause gehen das sei schon mal verraten definitiv dementsprechend kann die die nächste Sendung dann vielleicht erst am Wochenende auch kommen also nicht unter der Woche von daher ja aber wie gesagt es geht um die goldene Ananas quasi von daher ist das glaube ich in Ordnung wenn der Rückblick auf St. Pauli dann auch ein paar Tage später relativ knapp ausfällt genau wir machen Feierabend heute definitiv reicht für heute ja hat Spaß gemacht definitiv auch wenn es relativ ruhig ist es ist halt immer was anderes wenn es halt emotionsloser ist wenn es ein bisschen oh jetzt bin ich weg guck mal ich hatte schon vorher keine Lust mehr ja wir wissen alle dass es halt jetzt wirklich um nichts mehr geht und die Saison Gott sei Dank nicht im Worst Case Szenario geendet ist wie wir das zwischenzeitlich alle uns gedacht haben lass uns den 13. umgeschlagenen das 13. umgeschlagenen Spiel in Folge mitnehmen so wie du es gesagt hast ja schön den Schwung in die neue Saison in diesem Sinne macht es gut macht es gut bis demnächst ciao ciao Hi Leute hat euch unser Video gefallen? dann liked uns und abonniert uns wir würden uns auf jeden Fall freuen wenn ihr uns was da lasst bis dahin eure F95 Bros macht's gut ciao 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 ciao